in der beschreibung wird ein strawpo link sein wo ihr abstimmen kommt was für videos ihr haben wollt Willkommen bei der kleinen folge jump down auf dem review server das spiel das spiel das macht mich verrückt ist meine zweite runde und ich habe bis jetzt doch nicht wirklich geschafft an lucky ist war die elbe hat nice aber in diesem video geht es nicht um das spiel sondern um eine frage die weg noch mal auf instagram posten aber ich das hier auch noch mal und zwar habe ich ja das projekt strand draft begonnen denn bei einer wahl auf instagram wurde ein projekt mehr gewünscht als wie mein kopf pvp deswegen hier die frage würde es bevorzugen dass ich in der woche zwei videos hochladen statt einem pvp und einem projekt video schreibt in die kommentare oder es gibt auch eine dritte möglichkeit zwei gta videos und dafür nur eines ein minecraft video das je nach was dann hat sein wird das heißt von den drei möglichkeiten gibt es nur eine möglichkeit die pvp beinhaltet und alle anderen bei allen anderen wird pvp gestrichen sozusagen aber mir ist im grunde egal mir noch alle drei projekte gleich viel spaß und deswegen dachte ich ich lasse euch die wahl auf jeden fall könnt ihr entscheiden ob ihr lieber zwei straddeft videos und ein pvp wie ihr wollt und ein gta video wollt oder halt das andere ein pvp video ein straddeft und eingeht ja das heißt von allem etwas ist auch ein gutes mittelding aber dann würden wir beim projekt nicht wirklich weiterkommen das ist auch was man beachten sollte denn bei seinem projekt da braucht man schon einiges an zeit bis man was schafft und da würden zwei videos in der woche wahrscheinlich auch besser für das projekt sein aber natürlich gibt es auch viele die pvp bevorzugen deswegen werde ich in der überschreibung wird ein strobo link sein wo ihr abstimmen kommt was für videos ihr haben wollt ich glaube das schneide ich sogar vor das intro ich würde sagen wir beenden dieses schlechte gameplan auch mal das video bitte 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 füllt das vom die umfrage aus ist nur ein klick mehr ist nicht nur zwei klicks ich hoffe das video hat euch nicht gefallen wir sehen uns nicht das nächste mal und ich wünsche euch keinen guten tag tschüss